stellst du dir auch manchmal die frage was deine mission hier auf erden ist weshalb du hier bist und wie du deine größe erkennen und ins außen tragen kannst vielleicht hast auch du diesen zweifel oder die gedanken die dich davon abhalten deine größe zu erkennen und deiner mission zu folgen die dich in immer wiederkehrende probleme führen im bereich finanziellen partnerschaft beruf bei dir selbst in deiner gesundheit ich bin jacqueline des und je ich bin spirit trainer und medium und ich habe diesen online kurs spirit mission für dich kreiert ich möchte dir dabei helfen wieder deine größe deine großartigkeit zu erkennen und sie ins außen zu bringen ich möchte dich dabei unterstützen deine potenziale dein juwel und deine mission hier auf erden zu finden damit du sie alle mit dieser welt teilen kannst denn mein haupt anliegen ist es dass du wieder dein inneres licht entdeckst und es mit dieser welt als geschenk teilen kannst dieser umfangreiche online kurs hat 16 lektionen aufgeteilt auf vier blöcke mit vier lektionen es geht darum deine vergangenheit loszulassen und die volle kraft aus ihr zu dir zu ziehen in der ersten lektion beschäftigen wir uns damit dass dein opfermodus einfach aufgelöst wird dass du raus aus dem opfermodus kommst und rein in die eigenverantwortung die zweite lektion handelt davon die dankbarkeit für deine eltern zu empfinden und auch in die vergebung zu gehen um dass die kraft seiner ahnen voll und ganz zu spüren die dritte lektion handelt davon dass wir alle dinge aufdecken die dich aus diesem leben flüchten lassen wollen und wir verwandeln das alles in ein ganz klares ja zu diesem leben und in der vierten lektion die wird abgeschlossen indem wir deine negativen glaubensmuster und mangel programmierungen aufdecken und transformieren im zweiten block geht es um die kraft der selbstliebe in der fünften lektion wirst du herausfinden was du an mir liebst und schätzt die sechste lektion handelt von deiner herzöffnung in der siebten lektion dass du deine fünf hauptwerte im leben herausfinden und in der achten lektion wirst du über deinen schatten springen und deine grenzen ins außen tragen der dritte block handelt von der kraft deiner vision in lektion 9 wirst du in den eigenen raum deiner stille geführt in lektion 10 wirst du deine kreativität nach außen bringen die lektion 11 führt dich dazu deine potenziale zu entdecken also dein geschenk was du mit auf diese erde gebracht hast und in lektion 12 wirst du dein juwel erfahren das was dich ganz allein ausmacht und im vierten und letzten block geht es um deine größe und deine schöpferkraft in lektion 13 wirst du dein schöpfer bewusstsein aktivieren in lektion 14 wirst du die starke kraft der dankbarkeit fühlen und spüren in lektion 15 findest du deine mission deinen sinn hier im leben heraus und in lektion 16 geht es um die umsetzung es geht all das was du in diesem online kurs erfahren hast ins außen zu bringen du bist unendlich wertvoll und ich wünsche mir von herzen dass du deine größe wieder erkennst dass du das was dich ausmacht deine potenziale deine einzigartigkeit nach außen bringst und deine spirit mission bedingungslos folgst und ich verspreche dir dass dieser kurs deine vorstellungen dein leben verändern wird so wie du es dir vielleicht im moment noch gar nicht vorstellen kannst ich freue mich mit dir diesen weg und diesen schritt gemeinsam zu gehen bis dahin deine schackelin Deine Untertitelung des ZDF, 2020